Norddeutscher Rundfunk Mein Potenzial im Perfinal ist extrem groß. Perfinal ist generell das Land mit der höchsten Konzentration an Big Wolves auf einem bestimmten Raum. Ich glaube, dass wir uns vorabschieden, dass wir uns vorabschieden. Wir kommen zu einem Valle komplett inexploratet. Wenn du an einen Ort, wo man keine Informationen auf einem Topo finden, wo man eine Guine finden kann, ist es immer viel schwieriger, weil du eine Exploration hast, bevor du eine Escalade. Wir haben immer der Plan, ein großes Projekt zu klettern und eine große Peakwall möglichst frei. Natürlich haben wir mir vorgestellt, wie ungefähr das Wetter sein wird. Mir wurde erzählt, wenn es noch schön wird, dann ist eine längere Periode schön. Der Zeitpunkt ändert constant. Du brauchst etwas Glück, um die Rute zu finden. Sehr gut. Ich denke, es ist lang. Wir haben eine Pared gefunden, die gut aussehen. Sie hat sehr viel. Aber in diesem Moment ist es mord. Es muss sich warten. Die Isolation von der Außenwelt. Wir sind wirklich isoliert. Und das natürlich bewirkt eine spezielle Situation, die nicht so einfach zu meistern ist. 30 Tage sind dur. Du kannst dich nicht deprimieren. Du musst immer motiviert und glücklich sein. Wenn der Tag zu schlafen kommt, musst du bereit sein. Es wohnt immer dort zum Klettern. Natürlich ist es sehr spannend, weil du weißt nichts, was kommt. Du weißt ungefähr, wie die Wand ausschaut. Man kann mit dem Fernglas schauen. Aber du weißt ein bisschen vom Zustick über die Wand höher. Wenn du aufdrehst und das Böhrer bestudkiss aufgehört. Du weißt, du wirst wirst es nicht neben der Böhrer. Die Wand mit dem Gefäuner hat 400 Meter, 800 Meter, 1000 Meter, 1200 Meter. Sie haben wirklich nicht die Wand. Das Problem davon herausgeschaut ist, dass es nicht mehr für sich der versucht. Der Widersteilange genetzt sind. PF-Widersteilange ist. Der Widersteilange ist, was uns ja nicht einfach zu machen. Faktiv zu den Widersteilange, wie ein bisschen��俺. Pf Frederik in Libre ist das Problem. Wir haben uns ein Fester, aber es wird impressioniert in der ganzen Welt. Die Möglichkeiten sind enorm, um zu öffnen, um unsere Generation zu öffnen, um zu öffnen, um zu öffnen, um zu öffnen, um zu öffnen. Ich glaube, dass es über Buffin gesprochen wird, in den nächsten 400 Jahren. Vielen Dank.